Herzlich willkommen meine Damen und Herren. Eigentlich sollte hier ihre technische Dosis TFT kommen, allerdings konnte ich gestern kein Game mehr aufnehmen und jetzt wollte ich aufnehmen und die Server sind down. Ich hatte vorher schon überlegt, einen Patch Notes Rundown zu machen und den mache ich jetzt auf die einfachste Art und Weise, die überhaupt geht, nämlich einfach mit einem Twitter-Post und wir reden darüber. Ich kann halt auch kein Gameplay zeigen, weil ich kein Gameplay aufnehmen kann. Tut mir leid, aber ich wollte euch trotzdem die technische Dosis TFT geben. Ich nehme wieder im Studio auf, weil zu Hause ist es viel zu warm. Ich hoffe, das passt mit der Lautstärke. Ich habe hier ein bisschen dran rumgespielt. Also sollte eigentlich passen. Fangen wir mal an. Retalk, Aurelion Sol ist OP. Ich denke, da können wir uns alle drauf einigen. Der Damage-Nerf ist in Ordnung. Vor allem, dass die Mana-Kosten höher sind, ist sehr, sehr gut, weil es vor allem Aurelion Sol als One-Tier-Unit, glaube ich, nochmal ein bisschen trifft, weil die Unit relativ schnell platzen wird und damit relativ seltener die Ultimate durchbringen wird. Ich glaube generell, das ist gut, weil Aurelion Sol einfach in zu vielen Kombos gut war und eigentlich fast immer ein Pick war, wenn du ihn mitnehmen konntest, hast du ihn mitgenommen. Du hast ihn selbst auf Tier 1 immer gespielt. Er wird trotzdem noch relevant bleiben. Ich mache mir da relativ wenig Sorgen, weil er immer noch diese One-Shot-Unit ist, die halt bis in die Backline reinschießt und damit halt immer noch Enemy-Carries bedrohen kann, was nicht jeder Mage kann. Katus' Damage wurde ein bisschen erhöht, um halt eben nochmal Alternativen zu Aurelion Sol zu geben. Ich muss sagen, ich habe Katus nicht so oft gesehen. Ich glaube, dadurch, dass er Phantom ist, kann das auch nochmal interessant werden. Mordekaiser ist allerdings immer noch ein Useless-Phantom. Kind wird gerade in Kombination mit Katus vielleicht nochmal mehr interessant. Habe ihn persönlich noch nicht so oft gespielt. Kann ich ganz einschätzen, ob er damit jetzt unbedingt super stark wird. Ich glaube trotzdem, dass er auch jetzt schon seine Daseinsberechtigung hatte. Aber gerade wenn Assassins und so in der Meter sind, ist das für Katus natürlich schwer. Der Mogenna-Buff, den finde ich mutig. Der Mogenna ist aus meiner Sicht eine Unit schon vorher gewesen, die underrated war. Mogenna hat sehr, sehr guten AOE-Damage und hat die Möglichkeit, Gegner am Ende dann auch nochmal zu stunnen. Dadurch, dass sie jetzt diesen Health-Buff bekommt, bedeutet das, dass sie das öfter durchbekommt. Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich dazu führen kann, dass Mogenna in mehreren Lineups spielt. Ich kann mir gut vorstellen, dass man sie vielleicht mit Hexer Gunblade spielt und Spear of Soul Gin-Ding-Ding. Ich glaube, das könnte sehr stark sein. Ich werde das selber auf jeden Fall testen. Aber da schon mal ein kleiner Fokus drauf könnte sein, dass sie dadurch jetzt vielleicht STS. Ganz länger wurden gebufft. Maxim hat scheinbar gute Connections zu Riot Kappa. Er war einer der wenigen, die es gespielt haben. Ganz länger haben das Problem, dass ihre Passive anders ausgelegt ist, als sie da eigentlich steht. Man denkt, das ist so Rapid-Fire-Kinnemäßig, dass sie mehrere Units hitten. Ist aber nicht so. Stattdessen ist es tatsächlich so, dass die danach ganz schnell andere Units hitten. Und das ist auch gut, weil das besser als ihr Attack-Speed ist. Das ist allerdings nicht so stark, wie man am Anfang denken würde. Der Gangplank-Buff ist nice. Ich glaube trotzdem immer noch, dass Gangplank eine schwere Unit ist. Er bringt allerdings zwei Passive und Pirate mit rein. Das heißt, in den Kombos, wo er gut ist, ist er jetzt besser. Und Gangplank ist generell eine Unit, die selten contested ist, aus meiner Sicht. Das heißt, gerade diese Damage-Buffs können da auch nochmal helfen, weil man die Unit auch relativ schnell hochpushen kann. Missfortunate Attack-Speed-Draft ist fine. Der Attack-Speed-Draft war vorher absolut ekelhaft. Ist eine Unit, die man tatsächlich hier und da auch mal in Mage-Kombos spielen kann. Könnte mir vorstellen, dass sie jetzt nochmal attraktiver wird. Ich habe viel mit der experimentiert, aber es ist sehr unreliable, weil die Ult auch relativ random manchmal die falschen Leute trifft. Das ist einfach das Problem, weil das gegnerische Board ein bisschen auseinander geht, dann schwer. Aber gegen Leute, die corneren, ist es sehr, sehr stark und könnte dementsprechend situativ stark werden. Für mich der überraschendste Buff ist der Lucian-Buff. Lucian ist ein Champion oder ein Held in den TFT-Ding, der sehr stark abfällt. Der allerdings im Mid-Game sehr dominant ist. Und das ist doch eigentlich etwas, was man gerne dabei hat. Also ich spiele Lucian sehr, sehr gerne. Du hast eine Noble-Comp mit Vayne, Lucian und Garen zum Beispiel. Oder Fiora, wenn es ganz schlecht läuft. Die kannst du aber dann später wenigstens gegen Leona austauschen. Dann hast du da nochmal mehr drin. Und Lucian ist ein Champ, der sehr, sehr stark ist. Fun Fact, ich werde auf jeden Fall Ludens Lucian probieren. Denn Ludens, der zweite Hitform, den Lucian mit der aktiven Macht, ist ein Spell und löst deswegen Ludens aus. Und ich glaube, das könnte sehr interessant werden, weil er generell schon in der Lage ist, sehr oft zu dashen. Dass man ihn jetzt noch gebufft hat, überrascht mich. Weil er für mich bisher schon immer eine Unit war, die man gerne hochpusht auf zwei und dann später rausnimmt und ihm die Items gibt. Weil gerade im Early-Game kann man sehr viele Fights, sogar noch 1 vs. 2 oder 1 vs. 3, wenn er gute Items hat, tören. Gerade beim Badthirster. Und damit hat er nochmal Optionen. Und ich glaube, dass man ihn hier nochmal gebufft hat, ist für mich ein bisschen unverständlich. Habe ich nicht mitgerechnet. Kann ich mir vorstellen, dass es jetzt so attraktiver wird. Gerade solche Units, finde ich, sind underrated. Gerade bei Anfängern, weil das immer wieder dazu führt, dass sie Items einfach aufbewahren, statt sie Units zu geben. Und ich glaube, dass Lucian genau so ein Kerl ist, den du halt einfach Items gibst, später verkaufst und dann eben davon profitierst. Tristana-Buff ist okay. Ich fand Tristana sehr, sehr schwach. Das Problem ist auch, dass wenn sie ihre UL 2-mal macht, dasselbe Target, dass die Bombe dann nicht sofort explodiert. Das ist ein bisschen weird. Generell interruptet sie auch ihre eigenen Autotext mit der Bombe. Ich bin einfach kein Fan vom Pick. In der Yordle-Kombo allerdings natürlich stark. Allerdings aus meiner Sicht eigentlich auch nur da. Und Yordle zu kriegen ist auch gar nicht so einfach. Also es gibt natürlich den einen oder anderen starken Yordle, den man gerne spielt. Aber es ist trotzdem ein relativ hartes Commitment drauf. Countert allerdings unter anderem die Wild-Leute ganz gut. Und da sind wir beim nächsten Thema. Denn Wild wird genervt. Und ich denke, dass okay. Vielleicht habt ihr das Video auf meinem Hauptkanal gesehen. Wenn nicht, dann klickt auf jeden Fall mal drauf. Das ist bis jetzt mein ausführlichstes TFT-Video mit Einblendungen und einem. Hilft vielleicht den einen oder anderen Anfänger auch. Da wird der Attack-Speed per Stack limitiert. Das finde ich sehr, sehr gut. Weil es gerade dazu geführt hat, dass die Leute wie nah auf einmal sich angefühlt haben, als wäre es ein Cockmal. Das war wirklich insane. Und generell hat Wild auch sehr, sehr gut synergiert mit Sorcerer, also mit den Mages. Das heißt, das ist etwas, was man ein Stück weit einschränkt. Halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Der Nidalee-Nerve ist auch stark. Ich wollte ein Nidalee-SOP-Video machen mit Rapid Fire, kenne Nidalee. Das Video ist allerdings leider nichts geworden, weil ich einfach keine Nidalee gefunden habe. Ja, Dinge zu forcen ist gar nicht so einfach. Ja, Damage ein bisschen genervt. Gerade auf den Anfangsstufen und den hier ein bisschen reduziert, der einfach stark war. Auf den letzten Leveln ist es allerdings gleich. Man sieht hier nicht die Level 2. Das heißt, ich denke, dass der hier auch da reduziert ist. Also ich denke, dass er jetzt auf Level 2 auch 50 weniger ist und er ist auf Stufe 3 sich wieder ausgleichs. Ähnliches erwarte ich beim AD. Ich hoffe, dass hier die Patchen uns noch ein bisschen besser wären, wenn wir später, wenn TFT auf den Live-Servern released wird. Was übrigens Mittwoch der Fall sein wird. Ansonsten Tier 2-Champions wurden verbessert. Das ist allerdings schon wieder komplett katastrophal dargestellt, weil an sich wirkt es einfach nur als Blitzcrank straight gebufft worden. Die Tier 2-Units sollen allerdings stärker geworden sein. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass dieser Buff sich hauptsächlich auch bei Tier 2-Units so darstellt. Zumindest bei Blitzcrank sind diese 600 bis jetzt mal Tier 3 gewesen. Deswegen bin ich überrascht. Blitzcrank trotzdem immer noch giga-useless. Ich habe ihn versucht, WF zu machen. Die Problematik ist, dass Blitzcrank aus meiner Sicht eine Passive bräuchte, dass alle in deinen Team die Akko 0,5 Sekunden später finden, damit Blitzcrank ein Target huckt und das sofort gefokust wird. Ganz oft hat die Situation, wo mein Brand in die Bedline gehuckt wird und von da halt ultiert, dann ist es ihm völlig egal. Solange deine Frontline lang genug tanken kann, wird die nicht die Akko verlieren und keine Unit greift denjenigen an, den Blitzcrank gehuckt hat. Ansonsten wäre Blitzcrank aus meiner Sicht stark. Der Damage-Buff wird daran aus meiner Sicht relativ wenig ändern können, weil er danach immer noch den Gegner 1 vs. 1 muss. Das kann er einfach immer noch nicht. Elise, Livestream ein bisschen hoch. Spiderling hilft ein bisschen hoch, ist gut, weil von den Shapeshiftern war Elise immer die Unit, die man eigentlich nicht mitnehmen will, aber dann mitgenommen hat. Da waren andere einfach attraktiver, natürlich nah. Selbst Nidalee, die jetzt genervt wurde, Elise nochmal gestärkt, könnte was sein. Shyvana, wenn man Aurelion Soll hatte und natürlich hinten raus dann nochmal ein Swain. Alle attraktiver. Elise könnte jetzt nochmal stärker werden. Und gerade, dass die Spiderlinge gebufft werden, hilft auch sehr, sehr gut gegen sowas wie z.B. Vayne, wo er dann einfach nochmal einen Hit mehr aushalten kann. Wobei, Vayne ist natürlich ein schweres Beispiel, wenn man mehr Leben hat. Shen, Attack-Dimage hoch, hat mich ein bisschen überrascht. Ich glaube, Shen ist jetzt schon ein bisschen Hidden Broken. Er hat natürlich eine Klasse, mit denen wenige was anfangen können, außer natürlich die Draven Mains. Grüße gehen raus, Maxim. Ich denke, dass er nochmal attraktiver wird. Ich werde auf jeden Fall auch 4 Ninjas probieren, weil das könnte auch nochmal spannend werden. Da kommen wir allerdings hinten raus nochmal drauf, weil auch Arcani gebufft wurde. Da sind wir bei Pyke. Pyke hat einen Buff bekommen, finde ich völlig in Ordnung. Attack-Speed ein bisschen hoch. Die Stun Duration zu erhöhen, finde ich immer tricky, weil CC einfach in dem Spiel sehr, sehr stark ist. Pyke war allerdings bis jetzt eher so ein Platzhalter. Wenn du halt einen Interessen brauchst, dann nimmst du ihn an sozusagen Pirate-Combo-Site, die ich persönlich sehr wenig gespielt habe. Ich kann mir vorstellen, dass man damit nochmal ein bisschen mehr machen kann. Ich wüsste trotzdem wenig Situationen, wo ich mich bewusst für einen Pyke entscheide. Wenn ich mich für ihn entscheiden muss, bin ich jetzt allerdings ein bisschen weniger erneut. War auch eine bessere Cast-Time bekommen, habe ich auch tatsächlich super wenig gespielt. Ich glaube allerdings, dass Demon relativ stark sein wird, weil wenige Leute spielen und du damit an Contest oder an Tier 3-Units kommst. Und gerade da könnte so eine Cast-Time Reduction nochmal stärker werden. Zed hat einen Buff bekommen. Generell der zweite Assassin, der hier einen Buff bekommt, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Wenn mehrere Units einer Klasse gebufft werden, dann ist das schon sehr, sehr stark. Atox hat einen Straight-Off-Buff bekommen, der ja relativ solid ist. Finde ich gut, denn ich habe wenig Situationen bis jetzt gehabt, wo ich Atox gerne gespielt habe. Ich kann mir vorstellen, dass man ihn jetzt öfter spielt, gerade weil auch Shen nochmal gebufft wurde und die selbe Klasse haben, könnte das interessant werden. Werde ich meinen Auge drauf haben, werde ich auf jeden Fall testen und werde die hier auf dem Kanal dann natürlich auch erleben. Der Akali-Buff, der hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe generell das Gefühl, dass die Ninjas an sich eigentlich schon healthy state hatten. Gerade eine Akali konnte, wenn man sie auf zwei bekommen hat, sehr, sehr stark sein und wird jetzt noch stärker werden. Finde ich mutig und genau das sollte euch auch nochmal ein bisschen Ambitionen verleihen, vielleicht mehr vier Ninjas auszuprobieren. Hat so ein bisschen was von dieser Demon-Kombo, die einige von Dota Auto Chats wahrscheinlich noch kennen. Darius hat einen Nerf bekommen, finde ich in Ordnung. War eine Unit, die ich gerne mal gespielt habe, konnte es fast immer reinspielen. Hatte, gerade gegen Leute, die den Aufbau nicht so ganz beherrschen, immer gute Möglichkeiten, mit dem Aue sich extremst hochzuhalten. Dann wird noch vermerkt, dass Garen aktuell nicht gechanged wird, aber dass man ihn weiter im Blick behält, das finde ich verständlich, denn Garen kommt mir persönlich auch sehr stark vor. Also Leute mit zwei Garen Stufe-2-Starts sind kaum zu bezwingen, bin ich ganz ehrlich. Und dann gibt es ja immer noch Yasuo, 50 HP mehr bekommen. Ist für mich bis jetzt eine Unit gewesen, die nur für mich Sinn gemacht hat, wenn ich Draven enablen wollte. Also diese ganzen Champions-Klasse waren bis jetzt so, die alle haben Buff bekommen. Das heißt, das könnte interessanter werden. Also trotzdem kommen wir zu den Items. Die Attack-Speed-Auer von Sieg ist, die war broken, da stimme ich vollkommen zu gerade, weil man halt zum Beispiel in Nobel ja mehrere ADCs von Anfang an gespielt hat. Das heißt, das ist ein völlig verständlicher Nerf. Triple-Range instead of Double-Range bei Rapid Falcon klingt disgusting. War zum Beispiel bei Nidalee definitiv der Fall, wenn sie in Melee-Form war, hatte sie irgendwie immer noch die Range von der Range-Form. Das war ein bisschen disgusting. Spear of Soul-Gin, Nerf, absolut berechtigt, hat man fast immer gebaut, war mit das dominanteste Items überhaupt. Gerade auf der Rede und was, wirklich disgusting. Ich glaube trotzdem, dass man es vielleicht auf Moganma jetzt auch mal ausprobieren kann, werde ich zumindest machen und ist prinzipiell auch immer noch ein starkes Item. Zieht allerdings darauf ab, dass du natürlich einmal auf jeden Fall in der Lage bist, deine UI durchzubringen, bevor das Item useful wird. Guardians-Buff finde ich in Ordnung. Hab ein bisschen jetzt wenig gespielt, kann man jetzt vielleicht eher spielen. Auf welchen Units genau weiß ich noch nicht. Vor allem, weil ich auch nicht weiß, ob wenn du Revive wirst, dein aktueller Mana-Haushalt, bleibt oder du auf Null sinkst, das werde ich testen. Wenn ihr so ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Iconic Spark gibt noch mal 100 Damage mehr, ist in Ordnung, könnte interessant werden. Und der Ludens-Buff, und da bin ich halt gespannt. Lucian plus Ludens-Buff, und ich glaube, er ist einer der ganz, ganz wenigen, die Ludens aktiv nutzen können. Wenn das wirklich stimmt, was ich gelesen habe, werde ich spielen. Kann mir vorstellen, dass es gigabroken ist. Also wenn ich es abusen wollte, tut es aber, die Services sind gerade eh dauernd. Aber vielleicht kommt der danach mal rein, ist auch immer was. Ansonsten, Formel wurde nochmal gebaft, finde ich ein bisschen überraschend. Fand ich bis jetzt schon tatsächlich relativ anstrengend. Vor allem, weil es ja Damage-Reflected ist, und ich glaube nicht nur AD-Damage-Reflected, oder Auto-Attack-Damage-Reflected, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Warmox, Armor, Max-Helf-Rack auch nochmal erhöht. Das finde ich wiederum völlig berechtigt, weil das Item ist bis jetzt sehr wenig aufgefallen. Noch ein, zwei Worte. Es wurde viel kritisiert, dass Fiora nicht gebaft wurde. Ich finde tatsächlich, es ist gar nicht schlecht, dass Noble eine Unit hat, die schlecht ist. Weil wenn du auf sechs Nobles committest, und jede Unit bis dahin gut ist, dann committest du ja nicht. Sondern du nimmst einfach nur alles mit, was gut ist, und freust dich dann. Dass solche starken Klassen- bzw. Rassen in der Lage sind, schwache Units zu haben, ist okay. Das ist tatsächlich in Ordnung. Nicht jede Unit muss 100% Worth sein. Vor allem, wenn eine Fiora mit einem 2-Sekunden-Repost tatsächlich ein ganz guter Pseudo-Tank sein kann, macht er in der Zeit allerdings natürlich kein Damage. Das ist ein Problem. Mordeca ist ein ähnliches Beispiel. Ich denke, bei Blitzcrank ist man den falschen Weg gegangen. Ansonsten finde ich die Patch-Notes alles in einem in Ordnung. Der Lucian-Buff, wie gesagt, überrascht mich. Ludens Lucian ist mein Tipp der Woche. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne, weil ich das nicht mal anders machen soll. Ich würde gerne Gameplay anwenden, aber ihr wisst, wie es ist. Sollte heute nicht sein. Und Gameplay gibt es dann leider erst morgen wieder. Trotzdem, das war eure tägliche Dosis TFT. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich wie immer für den Support. Es ist insane. Mein Zweitkanal wird wahrscheinlich alle View-Rekorder aller Zeiten toppen. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut das Video auf meinen Hauptkanal. Weil den gibt es noch. Und der wird auch Klicks. Morgen kommt da ein geiles Placement. Schaltet ein. Ich habe blonde Haare. Tschüssi. ASMR. ARD Text im Auftrag von Funk